Die richtige Passtechnik ist eines der wichtigsten Werkzeuge für einen Fußballer. Doch in welcher Situation brauche ich welche Passtechnik, wie kann ich die effektiv trainieren und worauf kommt es dabei an, das besprechen wir im heutigen Video. Viel Spaß! Gut, im heutigen Video möchten wir drei Passtechniken beleuchten und wir starten rein mit der Innenseite. Das ist die klassische Passtechnik, die man vor allem aus dem Kurzpassspiel kennt. Da würde ich sie dir auch empfehlen, also gerade bei einfachen Pässen über 5 bis 10 Meter. Dann wirklich die Innenseite, vor allem auch im Mittelfeld natürlich für die kleinen kurzen Pässe. Bevor wir da jetzt in die technischen Details reingehen, ist ein Hinweis zu den Passtechniken ganz wichtig. Ich weiß, sehr viele Trainer legen großen Wert darauf, dass die Technik genau wie im Lehrbuch dann irgendwo ausgeführt wird. Mir ist es persönlich erstmal wichtig, dass das wirklich erfolgreich ist, was du tust. Das heißt, wenn du deine Kurzpasstechnik rausgefunden hast und mit der sehr, sehr hohe Passquoten erzielst, dann ist es mir völlig egal, wo das Standbein steht. Wenn der Pass jedes Mal ankommt, dann ist es gar nicht das Wichtigste. Also mach dich da nicht verrückt wegen der Technik, sondern guck auf jeden Fall, dass deine Pässe effektiv sind. Wenn du damit zufrieden bist, ist alles gut. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann solltest du zum Beispiel mal darauf achten, wo steht dein Standbein. Hat es wirklich auch die richtige Ausrichtung, also steht dein Standbein zum einen neben dem Ball und dann natürlich auch die Ausrichtung vom Fuß her, da wo du auch hinspielen möchtest. Zum zweiten schwingst du dein Bein sauber durch beim Innenseitenpass, beziehungsweise gibst du da wirklich mittig auch Druck auf den Ball oder hast du da vielleicht Koordinationsprobleme, vielleicht auch Beweglichkeitsprobleme beim Aufdrehen in der Hüfte und triffst den Ball vielleicht eher mit der Ferse oder vorne mit dem großen Zehen. Also das sind so die zwei Hauptpunkte und der dritte Punkt ist natürlich der Oberkörper, weil viele dann gerade bei 10 Meter Pässen auch das Problem haben, dass die vielleicht eher ins Holpern dann kommen. Achte darauf, dass der Oberkörper natürlich über dem Ball ist, wenn du einen flachen Pass spielen möchtest und dass du den Ball wirklich sauber mittig dann drückst. Du brauchst den Fuß gar nicht übertrieben durchschwingen, so wie bei einer Schussbewegung, sondern es reicht ein leichtes Durchschwingen und dann eben eher dieses Drücken des Balles, auf das es da ankommt. Die zweite Passtechnik ist die Unterschnitttechnik. Das hast du vielleicht schon mal gehört, viele haben es schon mal ausprobiert, aber nur wenige beherrschen die wirklich gut. Die brauchen wir natürlich vor allem bei Pässen auf längeren Distanzen und zwar sowohl knapp über der Grasnachung als natürlich auch, wenn wir einen Flugball spielen. Doch wann genau bei einem Flugball? Also wir haben ja unterschiedliche Flugballsituationen im Spiel und die Unterschnitttechnik würde ich dir immer dann empfehlen, wenn du eine hohe Spielverlagerung spielst. Also zum Beispiel auf der Innenverteidigerposition einen Flugball rausspielen möchtest auf deinen Außenverteidiger oder auf deinen äußeren Mittelfeldspieler oder natürlich vielleicht die zentrale Spitze anspielst, die im Block steht oder vielleicht auch eben den Ball über die Kette drüber spielen möchtest, damit dein Stürmer oder deine Außenspieler ihn in der Gasse erlaufen können. Also alle Pässe, wo im Prinzip gut verarbeitet werden müssen, wo kein direkter Torabschluss danach erfolgt, die würde ich dir immer mit der Unterschnitttechnik empfehlen, weil der große Vorteil der Unterschnitttechnik ist, dass dein Mitspieler den Ball deutlich besser verarbeiten kann, weil er einfach keinen Effet hat, sondern er dreht sich einfach nur sauber rückwärts und dein Kollege kann so die Flugkurve besser berechnen und auch den Ball viel, viel einfacher verwerten, weil er einfach weniger Effet hat. Also da würde ich dir auf jeden Fall diese Unterschnitttechnik empfehlen. Dabei ist es wichtig, dass du den Ball wirklich eher mittig auf dem Spann triffst. Auch dein Anlauf sollte eher gerade sein und dein Standbein auch hier sauber neben dem Ball. Ein Durchschwingen ist hier gar nicht nötig, sondern es ist eher diese Abstoppbewegung, die du dann wirklich bei diesem Unterschnittball auch brauchst. Die dritte Passtechnik ist der Effetball. Wann braucht man den Effetball? Am allermeisten natürlich bei einer Flankung. Immer dann vor allem, wenn wir wollen, dass daraus direkt ein Torschuss resultiert oder der Ball dann direkt abgenommen werden kann. Weil bei einem Effetball bekommst du natürlich auch sehr viel Zug auf den Ball und vor allem ist es natürlich so, dass wir von außen den Effetball vor allem brauchen, weil wir natürlich eine seitliche Stellung zum Tor haben. Also wenn ich jetzt hier die Außendinie habe und ich laufe jetzt auf dich zu, möchte den Ball hier reinflanken, dann bekomme ich ja nicht wie bei der Unterschnitttechnik meinen ganzen Körper hinter den Ball, kann einen geraden Anlauf wählen, sondern ich muss den Ball ja von hier jetzt Richtung Tor flanken. Und deswegen ist der Effetball die beste Variante. Da kann ich einfach am schnellsten dann wirklich maximalen Druck hinter den Ball bekommen und trotzdem Zug drauf kriegen und relativ präzise zielen. Also der Effetball natürlich der Klassiker bei der Flanke, aber ich habe dir noch einen zweiten Tipp. Und zwar kann ich den auch gut für Spielverlagerungen nutzen, vor allem auf einem stumpfen Rasen. Okay, ganz oft ist es hier so, dass du als Innenverteidiger vielleicht einen Stürmer halb rechts, einen Stürmer halb links vom Gegner hast und natürlich auf keinen Fall willst, dass der Stürmer bei einer Spielverlagerung diesen Pass erläuft. Deswegen ist der Effetball ein Ball, wo du den Ball in der Spielverlagerung eher wegdrehen kannst vom heranlaufenden Stürmer und so deinen Außenverteidiger besser in Szene setzen kannst. Achte dabei aber unbedingt darauf, dass du den Ball nicht zu hoch spielst oder mit zu viel Effet, denn es ist ja wichtig, dass dein Außenverteidiger den Ball auch dann gut verarbeiten kann. Gerade beim stumpfen Rasen bietet sich das an und dann spielst du ihn am besten so, dass er nur einmal aufhüpft, denn dann hast du fast keinen Tempoverlust. Denn ganz oft, wenn du einen stumpfen Rasen hast, ist es so, wenn du den Innenseitenpass spielst oder auch den Unterschnittball, dass du hier wirklich extrem Geschwindigkeitsprobleme bekommst, der Ball an Tempo verliert und dann natürlich der Stürmer, der eingeladen ist, wirklich dazwischen zu laufen und sich den Ball auch zu holen. Gut, also jetzt wissen wir, wann genau wir welche Passtechnik brauchen. Jetzt möchte ich dir noch kurz ein paar Hinweise geben, wie du diese Passtechnik auch mit deinem Kind trainieren kannst. Es ist hier wichtig, bei der Innenseitentechnik natürlich auch eine gute Wiederholungszahl reinzubekommen, unterschiedliche Reize zu setzen. Ich würde dir einen simplen Übungsaufbau empfehlen. Du nimmst einfach zwei Hütchen, stellst dich selbst hinter das eine Hütchen, dein Kind hinter das andere Hütchen und dann spiel dir einen Rundlauf einfach. Das bedeutet, du spielst den Ball auf der einen Seite runter, dein Kind nimmt ihn dann mit einem Kontakt rüber auf die andere Seite und spielt ihn dort wieder hoch. Auch du nimmst ihn hinter dem Hütchen dann mit einem Kontakt rüber auf die andere Seite und spielst den Ball wieder hoch. So hast du so einen ständigen Kreislauf drin, den du natürlich mit unterschiedlichen Bällen spielen kannst, den du mit kognitiven Aufgaben verbinden kannst. Mehr Impulse dazu findest du natürlich im Soccer Kinetics Trainingspaket. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Du kannst dir hier einen sieben Tage kostenfreien Zugang holen und dann ganz, ganz viele Passspielübungen, vor allem auf dem Kurzpassspiel, dann drin haben. Für die zweite Technik, nämlich die Unterschnitttechnik, empfehle ich dir einfach eine hohe Wiederholungszahl zu spielen natürlich und du kannst dir hier ein Hütchenviereck aufbauen, so ungefähr in 20, 30 Meter Entfernung, wo du dann eben versuchst, dass der Ball mit dieser Unterschnitttechnik da erstmals aufhüpft, egal ob als Rasenzieher gespielt oder ein bisschen höher. Und so kriegst du da auf jeden Fall eine gute Präzision rein. Zum einen hast du hier wirklich diese Links-Rechts-Richtung, die du dann nach und nach in den Griff bekommst, sodass du wirklich den Ball auch gezielt dorthin spielen kannst. Und zum anderen nimmst du einen Trainingseffekt auch bei der Höhe mit, denn du weißt einfach, wie hoch muss ich den Ball spielen, um in unterschiedliche Hütchenvierecke reinzukommen. Optional kannst du dir auch mehrere Hütchenvierecke aufbauen, eins ein bisschen näher und eins ein bisschen weiter, das andere ganz weit weg. Dann hast du die Möglichkeit, auch sofort unterschiedliche Distanzen zu testen. Und dann, um es auch spielnäher zu bekommen, nimm dir noch einen Partner mit dazu. Er spielt den Aufdrehen, du hast ein dynamisches Aufdrehen drin, der Ball rollt leicht nach vorne und dann spielst du eben diesen Unterschnittball entweder zu einem Zielspieler oder wie gesagt in eines dieser Hütchenvierecke. Die Flankentechnik kannst du natürlich ganz klassisch trainieren. Du außen flankst, dein Partner steht in der Mitte, versucht die Kugel zu verwerten. Auch hier mit einer hohen Wiederholungszahl viele Flanken schlagen, denn hier ist es wirklich so, dass sich die Technik natürlich nach und nach dann auch ein Stück weit einschleift. Versuch aber hier unbedingt auch, Differenzen reinzukriegen, mit unterschiedlichen Bällen zu flanken, vielleicht mal mit einer Augenklappe aufgesetzt. Denn auch hier ist es wichtig, über Differenzen zu lernen, aber natürlich Differenzen mit einer hohen Wiederholungszahl gepaart. Das ist das, was wir als Erfolgsrezept ansehen. Beim Flanken vielleicht noch ein Tipp, wenn du alleine bist, dann kannst du dir einfach ein Minitor, also kein Minitor, sondern ein Jugendtor, 5 auf 2 Meter in den 16er reinstellen und zwar so, dass das offene Ende zu dir auf die Seite rausschaut und dann kannst du außen anlaufen, den Ball reinflanken, mit dem Ziel dieses Minitor zu treffen. Denn das Minitor ist eigentlich ein ganz gutes Maß für einen Zielspieler in der Mitte, denn er kann ungefähr 2 Meter hoch springen und er kann sich ungefähr 2 Meter nach vorne, 2 Meter nach hinten bewegen. Also alles, was dieses Minitor ungefähr abdeckt. Das bedeutet, wenn du mit deiner Flanke auf direktem Wege in dieses Minitor triffst, dann hast du auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass deine Flanke im Spiel ankommt. Gut, also wir haben jetzt hier im Video 3 unterschiedliche Passtechniken gesprochen. Das Entscheidende ist, dass du weißt, wann du welche Passtechnik brauchst und du hast ja hier auch noch Praxistipps bekommen, wie du diese Passtechniken relativ einfach trainieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Passtechnik deine Lieblingspasstechnik ist und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal und sei schon gespannt, denn nächsten Samstag kommt unser nächstes Video. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, dein Simon Jans.